Ich bin Patricia Leri und Wirtschaftsjournalistin. Ich erinnere mich sehr gerne an diese Zeit zurück. Es hat mir besonders gefallen, dass damals schon an der Universität Zürich viele Professoren diese ganzen Übertreibungen, diese irrationalen Übertreibungen an den Aktienmärkten hinterfragt haben, erforscht haben. Sie waren unorthodox, sie waren revolutionär und ich fand, sie waren eben auch mutig. Ich bin sehr stolz, Alumna der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich zu sein. Hier lehren sie zum Teil weltbesten Professorinnen und Professoren ihres Fachs. Darauf kann man stolz sein. Man muss hier hart erarbeiten, aber man lernt unglaublich viel. Ich gratuliere den Absolventinnen und Absolventen der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät von Herzen. Ihr habt das hart erarbeitet. Ihr könnt so stolz auf euch sein. Und vergesst nie, kritisch zu denken, Sachen zu hinterfragen und vor allem mutig zu bleiben. Bitte unterschätzt nie die Kraft des Netzwerkes. Bleibt lebenslang verbunden miteinander und zwar über das Alumni-Netzwerk der Universität Zürich.